Entdecke die Zitronendiät und ihre gesundheitlichen Vorteile Bevor du mit der Zitronendiät beginnst, solltest du dich von einem Experten beraten lassen. Wenn dein Ziel an diesem Punkt im Leben ist, dein Idealgewicht zu erreichen, dann sind die Zitronendiät und ihre gesundheitlichen Vorteile wahrscheinlich genau das Richtige für dich. Die Zitronendiät ist nicht nur effektiv sondern auch gesund. Einige Lebensmittel sind uns so vertraut, dass wir glauben, alles über sie zu wissen. Tatsächlich haben wir jedoch oft nur sehr wenige Informationen darüber. Die Zitrone ist ein gutes Beispiel, in der Gastronomie wird sie für unterschiedliche Zwecke eingesetzt, da sie wertvolle gesundheitliche Vorteile mit sich bringt. Schon seit langer Zeit ist diese Zitrusfrucht ein wichtiger Bestandteil in der internationalen Küche, aber wir dürfen auch ihre gesundheitsfördernden Eigenschaften nicht aus den Augen verlieren. Sie wirkt antibakteriell und antiviral und enthält Vitamine und Mineralstoffe, die die Verdauung fördern. Wenn du mehr über die Zitronendiät und ihre gesundheitlichen Vorteile erfahren möchtest, lies diesen Artikel. Die Zitronendiät Zitronendiät und ihre gesundheitlichen Vorteile Diese Diät wirkt entgiftend und du siehst schnell Ergebnisse. Es handelt sich um eine Detox-Diät. Die Zitronendiät und ihre gesundheitlichen Vorteile bestehen jedoch nicht darin, sich nur von Zitronen zu ernähren. Ziel ist es, jeden Morgen um eine bestimmte Uhrzeit ein Glas Limonade zu trinken. Wir sprechen hier jedoch nicht von irgendeiner herkömmlichen Limonade. Es geht um eine Kombination aus lauwarmem Wasser und dem Saft einer Zitrone. Wenn du dich an dieses entgiftende Vorgehen hältst, lassen die Ergebnisse nicht lange auf sich warten. Die Zitronendiät und ihre gesundheitlichen Vorteile aktives Immunsystem da Zitronenvitamin C enthalten, können wir dadurch unser Immunsystem stärken. Auf diese Weise senken wir das Risiko für bestimmte Krankheiten, da die Abwehrkräfte deines Körpers gut funktionieren. Bessere Verdauung Zitronenwasser fördert die Verdauung und lindert Verdauungsbeschwerden. Entgiftung als Prämisse Zitronendiät und ihre gesundheitlichen Vorteile Entgiftung Wir haben dir bereits gesagt, dass es sich hierbei um eine Detox-Diät handelt, die dabei hilft, den Körper von Giftstoffen und Abfallprodukten zu reinigen. Das ist ein natürlicher Prozess, der von der handtreibenden Wirkung der Zitrone nach unterstützt wird. Keine Entzündungen zu den vorteilhaften Eigenschaften der Zitrone gehören auch die darin enthaltenen Flavonoide, die gegen Entzündungen und Schmerzen wirken. Damit kann das Risiko für chronische Entzündungen reduziert werden. Aktives Lymphsystem Das Lymphsystem arbeitet mit dem Immunsystem zusammen, um unseren Körper vor Krankheiten zu schützen. Dank der reinigenden Wirkung von Zitronenwasser, werden die Giftstoffe aus deinem Körper geschwemmt und Drüsen, Gefäße und Gewebe des Lymphsystems arbeiten effizient. Senkt den Cholesterinspiegel Zitronendiät und ihre gesundheitlichen Vorteile Senkt den Cholesterinspiegel Ballaststoffe, Flavonoide und Polyphenole, die in Zitronen enthalten sind, beugen einem hohen LDL-Cholesterenwert vor. Auf diese Weise senken sie das Risiko für Herz-Kreislauf-Probleme. Mehr Energie Die Zitronendiät und ihre gesundheitlichen Vorteile werden dein Leben verändern. Damit kannst du Schadstoffe aus dem Körper ausleiten und dem Organismus wichtigen Nährstoffe zuführen. Du wirst dich wohl fühlen und mehr Energie haben. Gewicht verlieren, Leben gewinnen Wenn du jeden Morgen Zitronenwasser trinkst, wirst du dich länger satt fühlen. Zwar wirst du trotzdem Appetit haben, doch du wirst nicht so unruhig sein. Der Körper blockiert die Aufnahme von Fett, sodass du nicht so einfach zunimmst. Weitere Tipps wie bei jeder anderen Diät sind natürlich auch andere Maßnahmen wichtig, um erfolgreich zu sein. Halte 5 Tage lang Diät. In dieser Zeit solltest du nicht nur den Zitronensaft auf nüchternen Magen trinken, sondern auch die Kalorienaufnahme einschränken. Zusätzlich solltest du zu jeder Mahlzeit Zitronensaft trinken. Darüber hinaus empfehlen wir dir, über den Tag verteilt viel Wasser zu trinken. 2 L. So können auch Flüssigkeitseinlagerungen verhindert werden. Verzichte auf Frittiertes, Fertiggerichte, Soßen und so weiter und achte auf eine gesunde Ernährung. Am ersten Tag musst du teilweise fasten. Das mag dir vielleicht schwierig erscheinen, ist aber für deinen Körper ein Zeichen, dass sich die Kalorienaufnahme verändern wird. Der Stoffwechsel wird sich verändern und die Effekte dadurch noch größer. Die Zitronendiät und ihre gesundheitlichen Vorteile sind eine gute Möglichkeit, um schnelle Ergebnisse zu erhalten. Bevor du loslegst, solltest du aber unbedingt einen Spezialisten zur Rate ziehen und dich beraten lassen.